. Hast du ein Problem? Ja, gestern war es eben so. Letztes Mal war es ein Schädel am Kielschneid. 33 Grad, Sonnenbrände und die Retro-Laurier hat mich bei einer Grenze zerahnt. Ist der Weg? Ja. Ja. Miriam Pater, zwei Unegrad auch schon. Das ist ein Schädel. Da, ja. Als er Schädel ist, geht es rin. Das gibt es drei Gürte Sach. Das ist ein bisschen spannend. Erstens, drei, vier Mal hier im Schwimmbad hin und her schwingen. Zweitens, ein flotter Würziger Wurz lagen und das inhalieren, das ist besser, als der Ort. Hallo, ich komme mal. Ja, was hast du? Ich brauche ein Würziger Wurz. Ein Würziger Wurz. Okay, machen wir das. Ich brauche ее? Ich brauche. Ja. Drittens, auf Lago Maggiore gau' vom Segelschiff und vergesehl' sich da wunderbar noch Ustriebe. Probiere das ja nicht zu heim und anzumachen, weil das funktioniert nur in italienischu Oceppio.